Packende Ringer Reportage präsentiert von folgenden Firmen. Der Jonny meint. Der Jonny Marosch-Wöldi, langjähriger Trainer der Ringeriege Hergiswil und fundierter Könner der Ringer-Szene, analysiert exklusiv für die Hellenavtel in Zentralschweiz die laufende Saison. Derby am Samstag. Willisau trifft zu Hause auf Hergiswil. Am 17. September hat Hergiswil noch 20 zu 17 gewonnen. Gelingt Willisauer von heimischen Fans die Revanche? Schattdorf trifft zu Hause auf Krieseren, Freiamt ebenfalls zu Hause auf Einsiedler. Wer gewinnt, der Jonny meint. Gelingt Willisauer von Schattdorf. Gelingt Willisauer von Schattdorf. Schattdorf trifft zu Hause. Ich glaube, es ist für Schattdorf. Es ist kein gleiches Problem wie vorher. Schattdorf trifft nicht. Es ist für die Reiswil. 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 Ich habe keine Chance zu sagen. Es wird weiterlaufen für Krieseren. Für dieses Sieg. Weg wegen Ersterkampf verloren für Willisdau, aber noch alle Kampfs gewonnen. Dann hat er große Selbstvertrauen mitgenommen für Halbfinale. Freihand gegen Einsiede, auch gleiche Situation, wir haben erst Freihand verloren. Letzte Woche Ende gegen für Herrgisdau, man sagt, Freihand sind ja auch Aufgaben muss machen. Gegen Freihand muss gewinnen und nachher ist er auch immer noch möglich positionieren für Halbfinale. Und nachher kommt für Derby, für Willisdau weniger Herrgisdau, das ist wie immer 50-50% Schwanz. Beide Schapat, nein, das muss ich ehrlich sagen, jetzt ist es ein, jetzt hat Willisdau auch weniger verletzt. Herrgisdau auch besser geworden als Anfang der Saison, das ist sicher ein sehr interessanter Kampf. Aber es ist ein sehr spannender Kampf, schon möglich, Weg rechnen, die schon möglich beide Seiten gewinnen. Ich glaube, ungefähr 5-5 Kampfe möglich gewinnen bei der Mannschaft. Und nachher das entscheiden, welche Mannschaft es ist, wir einen Punkt machen, vielleicht haben wir verloren, nicht verloren für 4-0, vielleicht nur 3-1 und so weiter. Das heisst, diesen Samstag, welche Abend, Zeit, sicher kommen, BWZ zu halten, für Willisdau ist es 100%ig sicher sehr interessanter Kampf dort und sehr spannender Kampf machen dort. Sieg für Freiamte und Kriesere, 50-50 für Willisdau und Herrgiswil. Das meint der Johnny, und was meinst du? Säge uns die Meinung auf Facebook oder YouTube, Stichwort Ringen, Telenapf. Ringen dank starker Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert. Die Sendung präsentiert.